In diesem Video gucken wir uns genauer an, wie wir unsere Knochendichte positiv beeinflussen können. Im Alter werden Knochen ja immer brüchiger, aber man kann diesen Verlauf auch verlangsamen und so das Risiko für Osteoporose reduzieren. Dadurch gewinnen wir dann an Lebensqualität im Alter und bleiben mobiler. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Antje Behrendt, ich arbeite als Apothekerin und Ernährungsberaterin in der Medios-Apotheke und einer meiner Schwerpunkte ist auch die Prävention von Erkrankungen. Und da ist das Thema Knochendichte dann immer sehr relevant und natürlich auch generell in den Beratungen in der Apotheke, weil wir ja immer älter werden und die Knochendichte nimmt aber schon so ab 30 Jahren wieder ab. Also bis 30 baut sie sich auf, erreicht dann einen Peak und dann baut sich der Knochen langsam schon wieder ab. Und diese Abbaurate liegt erstmal so bei 0,5 bis 1 Prozent pro Jahr. Bei Frauen in den Wechseljahren erhöht sich die Abbaurate dann aber schon auf 3 Prozent pro Jahr. Männer haben ein bisschen Glück, bei denen erhöht sich die Abbaurate dann nicht so stark wie bei Frauen. Aber es sind auch so um die 1 Prozent im Jahr, also dann 10 Prozent in 10 Jahren. Und wenn man jetzt gesund 80, 90 oder vielleicht sogar 100 werden will, dann lohnt es sich natürlich schon, den Knochenabbau aufzuhalten, um dann einfach bis ins hohe Alter mobil zu bleiben. Es gibt auch sogar einen Zusammenhang zwischen Knochenabbau und Atherosclerose, also Gefäßverkalkung. Das ist vielen immer gar nicht so bewusst und das liegt unter anderem daran, dass dann mehr Kalzium aus den Knochen gelöst wird und sich dann in den Gefäßen ablagern kann. Und deshalb nehmen wir jetzt mal die verschiedenen Faktoren unter die Lupe, die uns dann helfen, die Knochenmasse zu erhalten. Zuerst vielleicht nochmal ein paar ganz spannende Zahlen, die einfach so die Relevanz des Themas nochmal ein bisschen verdeutlichen. Also weltweit leiden ungefähr 200 Millionen Menschen an Osteoporose, das sind zu 80 Prozent ungefähr Frauen. Rein statistisch gesehen ist sogar jede zweite Frau über 80 von Osteoporose betroffen, aber auch schon in einem jüngeren Alter dann teilweise. Bei den Männern sind es ein bisschen weniger, da ist es so ungefähr jeder fünfte Mann über 80. Und man schätzt, dass alleine für die Behandlung der Knochenbrüche durch Osteoporose in der EU knapp so 40 Milliarden Euro sogar ausgegeben werden, ohne jetzt die anderen Kosten dazu zu rechnen, also für Medikamente und so weiter. Und in den Wechseljahren steigt ja die Knochenabbaurate von 1 Prozent auf 3 Prozent pro Jahr, also 30 Prozent dann in zehn Jahren. Wenn eine Frau jetzt aber in den Wechseljahren bioidentische Hormone bekommt, also Estradiol und Progesteron, dann reduziert sich die Abbaurate extrem. Dann sind es nicht mehr 30 Prozent in zehn Jahren, sondern nur noch ungefähr 10 Prozent in zehn Jahren, also so wie vor den Wechseljahren. Wenn man jetzt keine Hormonersatztherapie nehmen darf, dann gibt es auch noch Medikamente, wie zum Beispiel Bisphosphonate, die dann auch das Frakturrisiko deutlich senken. Das Spannende ist, dass regelmäßiger Sport im Jugend- und Erwachsenenalter auch das Risiko für Frakturen dann im Alter auch sogar so um ungefähr 50 Prozent senken kann. Also ganz spannend, was man alleine schon über den Lebensstil alles machen kann. Und deshalb gucken wir uns jetzt mal das genauer an. Wenn wir von Knochendichte sprechen, dann meinen wir ja eigentlich die Dichte an Mineralien in den Knochen. Unsere Knochen unterliegen ja einem ständigen Auf- und Abbau und die Bausteine dazu liefern wir mit der Ernährung. Da spielen vor allem Calcium, Phosphor, Zink, aber auch noch viele andere Mineralstoffe und Vitamine eine ganz große Rolle. Und eine ganz wichtige und bekannte Vorsorgemaßnahme ist ja die Knochendichte-Messung. Spätestens ab einem Alter von 50 Jahren ist es sinnvoll, regelmäßig die Knochendichte messen zu lassen. Aber auch gerne schon mal ein bisschen früher, vielleicht so Mitte 40, um einfach schon mal zu gucken, ob man eventuell schon eine reduzierte Knochendichte hat und dringend was unternehmen sollte. Die gängigste Methode ist ja der DEXA-Scan. Das ist auch so der Goldstandard unter den verschiedenen Messmethoden. Das geht auch relativ schnell. Auch da einen Termin zum Beispiel zu bekommen, ist relativ unkompliziert. Und je nach Ergebnis kann man dann eben einschätzen, ob die Knochendichte jetzt noch hoch ist oder vielleicht schon ein bisschen geringer oder schon eine Osteoporose vorliegt. Es gibt auch verschiedene Laborwerte aus dem Blutbild, die man untersuchen lassen kann, um dann bei einem Mangel oder bei auffällig niedrigen Werten einfach schon mal gezielt zu handeln. Die blende ich jetzt hier erstmal nur ein, weil das natürlich dann auch was ist, was man in Zusammenarbeit mit dem Arzt oder dem Therapeuten ganz genau besprechen muss. Und auch individuell kann das eben auch sehr unterschiedlich sein, je nach Vorgeschichte, Ernährungsweise, Alter, Geschlecht und vielen anderen Faktoren. Wenn bei den Nährstoffen dann ein Mangel gemessen werden, sollte dann dieser Mangel auf jeden Fall ausgeglichen werden über eine angepasste Supplementierung, damit die Knochen dann wieder besser mineralisiert werden können. Risikofaktoren sind zum Beispiel das Alter, Geschlecht, Erkrankungen in der Vergangenheit oder auch aktuelle Erkrankungen, dann auch die Familienanamnese. Also wenn jemand aus der Familie betroffen ist oder war, dann erhöht sich das Risiko auch daran zu erkranken. Aber das heißt nicht, dass man es auch bekommen muss, weil es einfach ganz viele Möglichkeiten gibt, die die Knochengesundheit eben fördern und unterstützen. Also der Lebensstil spielt zum Beispiel eine ganz große Rolle und deshalb gucken wir uns jetzt mal die verschiedenen Lebensstilfaktoren genauer an. Weil das Schöne ist einfach, dass man mit dem Lebensstil das Risiko wirklich deutlich senken kann, selbst bei Vorliegen von Osteoporosefällen in der Familie. Die Ernährung spielt natürlich eine sehr große Rolle, weil wir einfach zu 100 Prozent aus dem bestehen, was wir essen. Und das betrifft dann auch unsere Knochenmineralisierung. Tee ist eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung ganz wichtig, die die Nährstoffe dann in ausreichenden Mengen enthält, die die Knochen stärken. Da spielt natürlich Kalzium eine ganz große Rolle, aber auch Magnesium, Phosphor, Vitamin K2 und Eiweiß und noch viele weitere. Hier ist so eine Ernährungspyramide mal abgebildet, die man natürlich gut dafür nutzen kann. Falls ihr das jetzt nur als Podcast hört, könnt ihr entweder nochmal das Video angucken auf YouTube oder die Ernährungspyramide einfach runterladen. Wir verlinken die im Text nochmal unter dem Video. Wasser enthält auch schon ziemlich viel Kalzium. Das könnt ihr dann bei den lokalen Wasserwerken mal genau herausfinden, wie viel Kalzium in eurem Leitungswasser so enthalten ist. Wenn ihr jetzt Wasser kauft, dann steht es ja auch auf der Packung. Dunkelgrünes Blattgemüse enthält auch ganz viel Kalzium und viele andere Nährstoffe, die für die Knochengesundheit ganz wichtig sind. Und auch anderes Gemüse und Beeren zum Beispiel oder auch zuckerarmes Obst können sich auch positiv auswirken, weil sie viele Nährstoffe liefern und auch anti-entsündliche Effekte haben, was auch eine ganz große Rolle für die Knochengesundheit spielt. Und sie haben auch einen basischen Effekt im Körper. Das ist ganz wichtig, weil eine chronische Übersäuerung dazu führen kann, dass mehr Kalzium aus dem Knochen gelöst wird und dadurch dann das Säure-Base-Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Eine Übersäuerung kann zum Beispiel durch viel Fastfood und Fertiglebensmittel, Zucker, Softdrinks mit einem hohen Anteil an minderwertigen, tierischen, verarbeiteten Lebensmitteln entstehen. Also vor allem von Tieren, die auch eine ganz schlechte Fütterung bekommen haben aus Massentierhaltung. Und um die Säure dann zu reduzieren, wird dann Kalzium aus den Knochen gelöst und zur Erhöhung des pH-Werts im Blut genutzt. Und das passiert dann auf Kosten der Knochendichte. Und um mal zu schauen, wie viel der wichtigen Mineralstoffe für die Knochen ihr am Tag so über die Nahrung aufnehmt, lohnt es sich, mal die Mahlzeiten für ein bis zwei Tage wirklich mal zu tracken mit einer Ernährungs-App. Ich nutze da ganz gerne FDDB, also Food-Database. Und da kam bei mir dann zum Beispiel für einen ganz typischen Tag raus, dass ich an guten Tagen so genau die empfohlene Menge an Kalzium schaffe, aber wirklich gerade mal so. Also ich hatte das rückwirkend dann berechnet. Und dann kann man die Mahlzeiten ja noch mal ein bisschen optimieren, wenn da vielleicht noch Verbesserungsbedarf besteht. Und die empfohlenen Zuflurmengen, die kann man je nach Alter und Geschlecht auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung abrufen. Hier ist aber immer ganz wichtig, dass man einen deutlichen Puffer nach oben noch drauf schlägt, weil Lebensmittel oft viel weniger Nährstoffe enthalten, als sie theoretisch enthalten sollten. Und auch lange nicht 100 Prozent alles über den Darm auch aufgenommen wird. Bei Milchersatzprodukten, wenn ihr die nutzt statt Milch oder Milchprodukten, dann wäre es wichtig, dass sie auch zugesetztes Kalzium enthalten. Und wenn nicht, dann kommt man eigentlich um eine Kalziumsupplementierung kaum drumherum, um optimal versorgt zu sein. Sehr viele haben sogar einen Kalziummangel. Das hat man zum Beispiel in der Nationalen Verzehrstudie 2 auch gesehen. Also selbst Mischkössler, die relativ viel Milch und Milchprodukte zu sich nehmen, waren da oft gar nicht ausreichend versorgt. Ausreichend Eiweißzufuhr über die Nahrung ist auch extrem wichtig, weil Eiweiß einen ganz großen Teil der Knochensubstanz auch ausmacht. Und auch, um einfach mehr Muskeln aufzubauen, ist Eiweiß natürlich ganz wichtig. Muskelmasse ist auch daran beteiligt, dass die Knochen insgesamt langsamer abgebaut werden. Gesunde Fettsäuren spielen auch eine ganz wichtige Rolle. Über Fisch- oder Mikroalgenöl oder Fischöl in Kombination mit Nüssen, Samen, gesunden Ölen wie Olivenöl oder Leinöl kann man die ganz gut zuführen. Und zusätzlich zur ausgewogenen und gesunden Ernährung kann es Sinn machen, auch Nährstoffe zu supplementieren. Manche Nährstoffe können wir gar nicht so wirklich ausreichend über die Ernährung abdecken. Zum Beispiel Vitamin D, das ja eine extrem hohe Bedeutung für die Knochendichte hatte, weil es für die Calciumaufnahme aus dem Darm benötigt wird. Damit Vitamin D auch optimal arbeiten kann, benötigen wir aber auch ausreichend Vitamin K2 und auch Magnesium und Boa, sodass es auch hier Sinn machen kann, diese Nährstoffe mal zu messen im Blutwert und zu supplementieren, wenn die Blutwerte nicht optimal sind. Und auch die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA können über die Nahrung meistens nicht ausreichend aufgenommen werden. Und es sei denn, man isst jeden Tag fetten Seefisch. Und die können dabei helfen, den Knochenabbau zu verlangsamen. Zink ist auch ein ganz wichtiges Knochenmineral. Und es gibt viele, die eher zu wenig Zink zu sich nehmen. Hier auf diesem Bild sieht man auch nochmal, wie komplex das Ganze ist. Also, dass nicht nur Calcium und Vitamin D eine Rolle spielen, sondern dass die Knochendichte wirklich von einer ganz großen Menge an Nährstoffen abhängig ist. Und auch verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe und Probiotika können die Knochendichte positiv beeinflussen. Und deshalb gilt hier auch so das Eat-the-Rainbow-Prinzip, also dass man möglichst bunt und abwechslungsreich ist und dadurch dann auch ganz verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nimmt. Auch Kollagen spielt eine Rolle. Wenn man sich jetzt rein pflanzlich ernährt, dann nimmt man ja über die Nahrung gar kein Kollagen zu sich und muss im Prinzip alles selbst herstellen. Da macht es dann Sinn, auf eine gute Glycenzufuhr zu achten und generell auf eine gute Eiweißzufuhr. Also Glycin ist so eines der wichtigsten Bausteine für die Kollagenbildung. Das gibt es auch als Pulver und es schmeckt schön süß. Also auch ganz gut vielleicht mal als Zuckerersatz im Tee oder im Kaffee kann man das ganz gut nutzen. In der Nationalen Verzehrstudie 2 und auch in anderen Untersuchungen sieht man auch immer wieder, dass die Nährstoffversorgung über die Ernährung bei ganz vielen nicht ausreichend ist. Gerade was einige Nährstoffe betrifft, die einfach für die Knochengesundheit extrem wichtig sind. Also nicht nur Calcium, sondern auch viele andere. Also lasst am besten mal die Blutwerte dazu bestimmen, um für euch selbst einfach rauszubekommen, ob eine Supplementierung eventuell doch für euch wichtig wäre. Neben der Ernährung und einer guten Nährstoffzufuhr spielt aber auch die Bewegung eine ganz große Rolle. Die Knochen profitieren zum einen von einer hohen Muskelmasse und auch von Stoßbewegungen. Also Krafttraining ist ganz wichtig, auch gerade mit zunehmendem Alter. Mit dem Alter nimmt ja normalerweise auch die Muskelmasse automatisch ab, wenn man jetzt nicht mit Krafttraining dagegen anwirkt und mit einer eiweißreichen Ernährung. Und Stoßbewegungen sind auch ganz wichtig. Also zum Beispiel durchlaufen, schnelles Gehen oder Hüpfen, das wirkt sich positiv aus. Fahrradfahren, Schwimmen und solche Sportarten sind zwar insgesamt sehr gut fürs Herz zum Beispiel, aber speziell jetzt für die Knochen sind sie nicht so effektiv, da sind diese Stoßbewegungen ebenso wichtig. Und entsprechend wirkt sich dann körperliche Inaktivität auch sehr negativ aus. Je weniger wir nämlich die Knochen belasten, desto negativer wirkt sich das auch auf die Knochendichte aus. Ungünstige Lebensdiefaktoren sind, wie gesagt, einmal diese chronische Übersäuerung, zum Beispiel durch viel Fastfood, Alkohol und Softdrinks. Phosphate, die kommen auch so in Softdrinks wie Cola und so weiter vor. Und auch Rauchen wirkt sich negativ aus, weil es viel Nährstoffe aus den Knochen zieht. Beim Körpergewicht ist es so, dass sowohl Untergewicht als auch Übergewicht eigentlich zu vermeiden sind. Also optimal wäre ein BMI im Normbereich oder auch ein bisschen höherer BMI, wenn der aber aufgrund von viel Muskelmasse erhöht ist. Hormonelle Faktoren spielen auch eine sehr große Rolle, vor allem das Östrogen. Also wenn das dann in den Wechseljahren wegfällt, erhöht sich der Knochenabbau, wie gesagt, so ziemlich stark, also ungefähr um das Dreifache. Deshalb ist es für jede Frau ganz sinnvoll, über eine HRT nachzudenken, also eine Therapie mit den bioidentischen Hormonen. Leider hat das bei manchen noch ein bisschen schlechten Ruf, weil in der Vergangenheit dazu synthetische Hormone genutzt wurden und auch Hormone von Tieren, die aber gar nicht den menschlichen, weiblichen Geschlechtshormonen entsprechen und deshalb auch nicht so direkt deren Wirkung imitiert haben. Und entsprechend gab es dann auch mal Nebenwirkungen. Aber bei der modernen HRT nutzt man wirklich genau dieselben Hormone, die wir auch bis zu den Wechseljahren selbst bilden. Und die haben dann eine schützende Wirkung auf die Knochen, also verhindern dann den Knochenabbau. Und sie haben auch noch ganz viele andere positive Effekte, zum Beispiel schützen sie vor Demenz, wirken gegen Wechseljahresbeschwerden und helfen zum Beispiel auch gegen Insulinresistenz und Gewichtszunahme und haben auch noch weitere positive Wirkungen. Im Text unter dem Video sind auch noch mal Bücher genannt, die wir hier ganz besonders empfehlen können, um sich einfach dazu noch mal weiter zu informieren. Testosteron wirkt sich auch positiv aus und auch noch andere Hormone. Einen negativen Effekt haben aber Schilddrüsenhormone, wenn sie zu viel gebildet werden oder wenn die Tabletten überdosiert werden, also bei einer Schilddrüsenüberfunktion oder zu hoher Dosis an Schilddrüsentabletten. Deshalb ist es immer wichtig, dass man da noch mal guckt, ob man gut eingestellt ist oder ob man noch mal kontrollieren muss, ob man die Dosis eventuell anpassen muss, wenn man Schilddrüsentabletten nimmt. Zu viel Insulin wirkt sich auch negativ aus. Deshalb ist es ganz wichtig, dass eine Insulinresistenz ganz frühzeitig erkannt wird. Das kann man dann mit einer guten Ernährungsintervention auch sehr gut beheben. Dazu sind dann die Blutwerte HbA1c und der Huma-Index gut geeignet, also am besten beide. Auch Cortisol, also unser Stresshormon, hat einen negativen Effekt auf die Knochendichte, sodass es gut ist, wenn man Stress reduziert und sich einfach um ein gutes Stressmanagement kümmert. Es gibt auch Medikamente, die die Knochendichte beeinflussen, entweder weil sie direkt auf die Knochendichte wirken oder weil sie den Mineralhaushalt stören oder das Hormongleichgewicht stören. Das ist zum Beispiel auch Cortison, wenn es aber als Langzeittherapie oral oder als Spritze genommen wird. Dazu haben wir auch ein separates Video, das wir im Text noch mal verlinken. Und es gibt auch noch andere Medikamente, die einen Einfluss auf die Knochendichte haben. Das sind auch die Protonenpumpenhemmer wie Omeprazole oder Pantoprazole zum Beispiel. Auch dazu haben wir ein separates Video, das wir im Text noch mal unter dem Video verlinken. Und bei Medikamenten wie Aromatasehemmern, GnH-Agonisten, manchen Antidepressiva und auch manchen Antiepileptika kann auch die Knochendichte beeinflusst werden. Da ist es dann ganz wichtig, dass ihr einfach noch mal mit dem Arzt sprecht und über eine gezielte Supplementierung nachdenkt und die Knochendichte-Messung regelmäßig macht. Die Darmgesundheit spielt auch noch eine große Rolle, weil Calcium und auch die ganzen anderen Nährstoffe bei einer guten Darmgesundheit besser aufgenommen werden können und auch der Vitamin-D-Stoffwechsel positiv beeinflusst werden kann durch ein gesundes Mikrobiom. Im Darm werden ja dann aus Ballaststoffen ganz wertvolle, kurzkettige Fettsäuren gebildet, die sich dann über mehrere Mechanismen positiv auch auswirken, indem sie zum Beispiel auch die Nährstoffaufnahme fördern, entzündungshemmend im Körper wirken und auch Hormone fördern, die den Knochenaufbau stärken. Sie haben auch einen direkten Einfluss auf den Knochenaufbau und eine Hemmung des Knochenabbaus. Das heißt, je mehr Ballaststoffe wir essen, desto mehr von diesen wertvollen, kurzkettigen Fettsäuren können wir im Darm bilden. Und die haben auch noch ganz viele andere positive Effekte, also auch auf die Gehirngesundheit zum Beispiel. Gut wäre es, wenn man es schafft, so 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu essen. Gerne auch etwas mehr. Das kann man dann auch mit Ernährungs-Apps ganz einfach berechnet oder auch mit Food-Database, was ich euch vorhin schon gezeigt hatte. Und man kann da dann auch ein bisschen nachhelfen, wenn man das nicht schafft, zum Beispiel mit Ballaststoffpulvern. Das sollten dann lösliche Ballaststoffe sein. Und wenn man das jetzt noch nie gemacht hat, sollte man mit ganz kleinen Mengen starten und dann erst nach und nach so viel nehmen, wie auch auf der Packung draufsteht. Sonst kann es nämlich sein, dass man mit Blähungen reagiert. Aber nach und nach verträgt man das dann in der Regel sehr gut und man bekommt dann überhaupt keine Blähungen mehr, selbst wenn man größere Mengen davon nimmt. Ja, das war jetzt ein Einblick in verschiedene Maßnahmen, die ihr selbst machen könnt, um die Knochen-Gesundheit zu unterstützen. Es hat sich erstmal ziemlich viel probiert, vielleicht einfach schrittweise die Empfehlungen zu etablieren, die für euch passen und schaut, was für euch vielleicht auch am ehesten zutrifft oder wo bei euch vielleicht auch der größte Handlungsbedarf ist. Wenn ihr langfristig Unterstützung und Motivation sucht, um gesunde Gewohnheiten zu etablieren für ein gesundes, langes Leben, dann könnt ihr natürlich auch gerne unseren Kurs Länger für das Leben buchen. Dann nehmen mein Kollege Alex und ich dann auch all diese Themen nochmal ganz detailliert unter die Lupe mit ganz vielen Tipps für den Alltag und Live-Q&As und einem interaktiven Austausch mit den anderen Teilnehmern, was dann eigentlich immer sehr motivierend ist. Ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch da auch anmeldet und wir euch da heute begrüßen können. Und dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr das jetzt als Podcast hört, danke fürs Zuhören und bis bald in einem anderen Video. Zuhören Zuhören